Hey WWE-Universum da draußen, auch in dieser Woche heißt es wieder, nicht verzagen, Hackmann-Fragen. Ihr habt's gemacht wie immer, habt meinen Hashtag AskTheHackmann benutzt, habt eure Fragen unter das Video gepostet, zum Beispiel auf dem WWE Deutschland YouTube-Kanal oder auf Facebook.com slash WWE Sebastian Hackel. Na gut, ein paar Tweets und Instagram-Postings habe ich auch bekommen, handle da, add Sebastian Hackel jeweils, wisst ihr. Aber wir wollen gar nicht lange rumreden, es gibt so viele Fragen, das Thema ist heute Kevin Owens, der Raw Universal Champion. Und da gibt es eine Menge Fragen, zum Beispiel diese hier von Martaza Karimzada. Hast du Kevin Owens Karriere vor der WWE verfolgt? Ganz klares Ja von mir. Ich war ja selbst in der europäischen und deutschen Wrestling-Szene aktiv und habe da natürlich auch alle verfolgt, die da so aufgetreten sind, zum Beispiel Kevin Owens. Der war ja lange in den unabhängigen Ligen aktiv und ich habe immer bewundert, dass einer mit 270 Pfund Körpermasse so agil sein kann. Munsoll-Zeig zum Beispiel, also so hervorragendes technisches Wrestling abspulen kann. Das hat mich immer sehr beeindruckt und Kevin Owens war da ein großes Vorbild für mich. JayColdness, wie hast du reagiert, als Kevin Owens einen Angriff auf Sami Zayn gestartet hat, nachdem Zayn den NXT-Titel gewonnen hatte? Natürlich war ich von den Socken, das ist ja eine rhetorische Frage. Ich war geschockt, denn wenn man die Geschichte der beiden kennt, 15 Jahre lang engste Freunde, beste Freunde. Sami Zayn war der Trauzeuge von Kevin Owens, war bei der Geburt der Kinder von Kevin Owens mit dabei. Und dann dieser schöne Moment. Sami Zayn krönt seine lange, lange, lange Laufbahn und hält den NXT-Champion-Gürtel hoch. Kevin Owens kommt rein, gratuliert ihm. Beide weinen, beide umarmen sich. So ein herzlicher Moment. Und dann hintergeht Kevin Owens, seinen besten Freund. Damit hätte ich niemals gerechnet. Das hat mich schockiert, das hat mich aus den Socken gehauen und das werde ich auch nie vergessen. Fußball-Kartenkanal. Wen findest du besser, Owens oder Zayn? Bist der beste deutsche Kommentator. Danke schön, Owens oder Zayn. Ich möchte mich nicht entscheiden. Beide gehören für mich, für mich persönlich, meine Meinung, zu den Top Ten der technisch besten Wrestlern der Welt. Da lasse ich auch keine andere Meinung zu. Also da ist vielleicht ein AJ Styles dabei, ein Seth Rollins dabei. Ich möchte auch nicht sagen, wer da die Nummer 3 oder die Nummer 7 oder die Nummer 9 ist. Sie gehören für mich in die Top Ten. Und beide sind hochwertig. Technisch hochwertig. Können High-Flying zeigen, können brawlen, können intensiv sein. Sind faszinierende Typen. Kevin Owens ein bisschen schwerer, ein bisschen durchschlagskräftiger. Zayn mit Zayn ein bisschen schneller. Vielleicht auch das sein Vorteil. Deswegen total ausgeglichen. 1 zu 1 bei Owens und Zayn. Master. Hassan fragt. Dein Lieblingsmatch von Kevin Owens? Ganz kurze Frage. Vielleicht auch eine kurze Antwort. 31. Mai, glaube ich, war es. 2015. Elimination Chamber. Kevin Owens erster Pay-Per-View-Auftritt bei WWE. Manometer. Also das war unfassbar. Erstes Match bei WWE. Bei einem Pay-Per-View. Bei einer Großveranstaltung. Gegen John Cena. 20 Minuten Klassiker. Wahnsinnsmatch. Besiegt John Cena. 1-2-3. Ganz klar. Hat mich sowas von beeindruckt. So ein klasse Match. Dann auch das Rückmatch noch bei Money in the Bank. Die beiden hatten ja eine richtige Rivalität. Das war alles klasse. Jedes Match richtig gut. John Cena gegen Kevin Owens. Das ist einfach immer ein Match, das man sich ansehen kann. Vielleicht auch mal WWE Network aufrufen. Elimination Chamber 2015. Kevin Owens gegen John Cena. Ganz, ganz, ganz heißer Tipp von mir. Lukas H. Gegen wen würdest du Kevin Owens in einem Universal Champion Titel Match sehen wollen? PS. Bist der Beste. Gegen wen würde ich Kevin Owens sehen wollen? Er ist gegen viele angetreten bisher. Aber Brock Lesnar vielleicht. Ja, das wäre ein Gegner. Die Bestie gegen eines der besten Pakete aller Zeiten. Brock Lesnar gegen Kevin Owens. Brock Lesnar für mich die größte Pay-Per-View-Attraktion unserer Generation. Und Kevin Owens für mich, wie gesagt, vielleicht das beste Paket. Vereint Brawling, High-Flying, Technik. Kann auch die fiesen Tricks zeigen. Das würde mich schon mal interessieren. WrestleMania 33 vielleicht. Brock Lesnar gegen Kevin Owens. Ja, Kevin Owens. Ein Charakter in den Shows, der Reaktionen hervorruft, egal ob positiv oder negativ. Viele sagen, den mag ich nicht. Das ist ein Flegel, das ist ein Hautrauf, der benutzt fiese Tricks. Ich sage, technisch sehr gut. Ein hervorragender Wrestler. Ein faszinierender Typ. Die Meinungen, die darf jeder frei haben, die darf jeder frei äußern. Wie gesagt, ich mag Kevin Owens sehr, bewundere seine Fähigkeiten und das Paket, das er im Ring bietet. Ein Wahnsinns-Wrestler. Also NXT-Champion, zweifacher Intercontinental-Champion, amtierender Universal-Champion. Das Gesicht von Raw derzeit für mich. Wahnsinn einfach nur. Ja, und dann kommen wir zum Ende. Die T-Shirt-Geschichte der Woche. Mir fällt eigentlich keine besondere ein. Das ist das T-Shirt dieser Woche. Das ist ein Klassiker. Das kann man immer tragen. Heute Morgen stand ich vor meinem Kleiderschrank. Das sind ungefähr so 200 WWE-Shirts und da dachte ich, wir brauchen einen Klassiker heute. Denn mir fällt kein besonderes Motto ein. NWO for life kannst du immer tragen. Und, ach ja, ich habe ja noch was dabei. Den Bray Wyatt hier als Zombie zum Beispiel. Ich habe ja gesagt, ich habe mir den kompletten Kader besorgt. Der Mattel WWE-Zombies. Deswegen auch The New Face of Fear, Bray Wyatt mit dabei. Und ein Mann, der auch polarisiert wie ein Kevin Owens. Positiv wie negativ. Roman Reigns. Der Big Dog auch als Zombie hier musste haben. Kein Weg vorbei. Für nächste Woche brauchen wir noch ein Thema. Das ist der letzte Punkt in dieser Woche. Und ich denke, wir werden ein bisschen über Sheamus sprechen. Der keltische Krieger. Momentan ja hat er die Serie hinter sich mit Cesaro. Best of Seven Serie. Ich war ja wieder live dabei. Wie gesagt, diese Aster-Hackmann-Ausgabe zwischen zwei Pay-Per-Views. Ordentlich Jetlag ist schon wieder vorhanden und wird auch wieder vorhanden sein in einer Woche. Und ja, wie gesagt, nächste Woche das Thema 18.30 Uhr. Montag, selbe Stelle, selbe Welle. Sheamus, der keltische Krieger. Mehrfache World Champion, Royal Rumble-Sieger, King of the Ring-Sieger. Der gibt eine Menge her. Und diese Rivalität, vielleicht auch Partnerschaft mit Cesaro in Zukunft, die gibt auch eine Menge her. Deswegen sprechen wir über diesen rothaarigen Giganten. Und bis dahin sage ich, so long, Huckman out.